Ich weiß es nicht, natürlich hat der Gegner uns das schwer gemacht, hat kompakt gestanden und hat sich ganz tief hinten reingestellt und wir haben eigentlich guten Fußball gespielt, den Ball viel laufen lassen, aber keine ernsthaften Chancen rausgespielt und ja, so mussten wir eben warten und zittern, aber klasse, wie die Mannschaft immer wieder dran geblieben ist und uns die Chancen rausgespielt hat. Ja, das war der Plan gegen so eine tiefstehende Mannschaft, da muss man den Ball laufen lassen und Räume suchen und Räume bespielen und das haben wir gemacht und war super. Ja, keine Ahnung, wir haben immer wieder auf unsere Chance gespielt und immer wieder den Ball laufen lassen und irgendwann natürlich, der Gegner wurde platt und da haben wir unsere Chancen genutzt, gerade im richtigen Moment und ja, wir sind froh jetzt über das 3-0 und jetzt können wir froh sein, dass wir eine Runde weiter sind.